Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach und Teacher für Authentizität und selbst seit zehn Jahren auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass du nicht deine beste Version werden musst, sondern dass es vielmehr darum geht herauszufinden, was es für dich bedeutet, einfach du selbst zu sein und dein Leben zu genießen. Das hier ist deine Einladung zum Neuanfang, zum nächsten Schritt zurück zu dir selbst. Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Ich möchte heute in dieser Episode gerne einige Anzeichen mit dir teilen, die dir sagen können, dass es vielleicht an der Zeit ist, die Verbindung zu dir selbst zu stärken oder überhaupt erst mal herzustellen. Denn ich hatte jetzt in der letzten Woche ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, dass gewisse Zeichen mir selber zeigen, dass die Verbindung zu mir selbst verloren gegangen ist, die bei mir eigentlich schon recht stabil ist. Aber vielleicht hast du auch die letzte Episode gehört, in der ich darüber erzählt habe, wie die Verbindung zu mir selbst überhaupt erst mal grundsätzlich entstanden ist, beziehungsweise wie ich sie wiedergefunden habe im Erwachsenenleben. Und ich bin mir sicher, dass ich dort auch darüber gesprochen habe, dass die Verbindung zu dir selbst keine Standleitung ist. Das heißt, die hast du nicht einmal und dann bleibt die, sondern das ist eine Praxis. Diese Verbindung darfst du immer und immer wieder aufbauen. Genauso wie du Verbindungen zu den Menschen, die dir wichtig sind in deinem Leben, diese Verbindung immer wieder suchst und aufbaust und herstellst und erneuerst und frisch hältst. Und genauso ist es eben auch mit der Verbindung zu dir selbst. Bevor wir in diese Episode rein starten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für den wunderschönen Tag, den ich diese Woche an meinem Geburtstag hatte. Und ich habe schon seit einigen Jahren ein Geburtstagsritual, wo ich morgens alleine mit mir selber frühstücken gehe und auf mein vergangenes Lebensjahr zurückblicke und mir Intentionen für das nächste Lebensjahr setze. Das mache ich eigentlich sehr viel regelmäßiger als das, was viele Menschen zum tatsächlichen Kalenderjahreswechsel machen. Das mache ich auch ab und zu, aber zu meinem Geburtstag ist mir das noch viel wichtiger. Und weil es sich einfach, ja, weil dieser Jahreswechsel in Anführungsstrichen sich sehr viel persönlicher anfühlt. Und als ich da vergangene Woche vor meinem unfassbar leckeren, veganen Frühstück saß und reflektiert habe und ja gerade mitten in der Phase bin, wo ich dir und allen Menschen da draußen, die es hören wollen, davon erzähle, dass Ende August mein neuer Online-Kurs Reconnect to Yourself startet und ich mich deshalb eben viel mit dem Thema Verbindung zu mir selbst auseinandersetze oder das eben sehr präsent ist gerade, ist mir in dem Moment auch mal klar geworden, wie sehr die Verbindung zu mir selbst auch dafür verantwortlich ist, dass ich heutzutage meinen Geburtstag so gerne feiere und ihn so zelebriere. Denn es gab einige Jahre, wo ich an meinem Geburtstag, ja, wo es mir unangenehm war, da irgendwie eine große Sache draus zu machen. Natürlich als Kind war Geburtstag das Größte und dann gab es irgendwie die Phase, wo ich dann natürlich viel Partys gemacht habe zu meinem Geburtstag und dann irgendwann im Erwachsenenleben, ich kann nicht mehr genau zurückverfolgen, wann das war, gab es so den Punkt, wo ich gesagt habe, ja, nee, ich mache nichts Großes. Vielleicht habe ich irgendwie ein, zwei Leutchen gesehen, aber es war mir auch unangenehm, meinen Geburtstag wirklich zu etwas Besonderem zu machen. Und das ist seit einigen Jahren anders, auch wenn mein Besonders eben mein Besonders ist. Das heißt, es ist nichts Pompöses, sondern es ist vor allen Dingen ruhig, es ist von netten, lieben Menschen, wichtigen Menschen in meinem Leben geprägt und von gutem Essen, was mir sehr wichtig ist. Essen ist meine Love Language und dass ich das aber für mich sehr zelebriere, dass ich geboren worden bin. Und das ist mir noch mal klar geworden, wie sehr das mit der guten Verbindung zu mir selbst zusammenhängt. Denn wenn wir diese Verbindung nicht haben, wenn wir die verloren haben, so wie es für mich, das hast du vielleicht in der letzten Episode gehört, wenn, als ich die verloren hatte über einige Jahre, da gab es für mich sozusagen in mir, an mir auch nicht viel zu zelebrieren. Und dadurch, dass ich aber meinem wahren, authentischen Selbst wieder sehr viel näher gekommen bin in den letzten Jahren, kann ich gar nicht anders, als das zu zelebrieren, weil ich es einfach, ja, weil ich es liebe, weil ich es super finde. Und was soll nicht arrogant klingen, sondern es ist einfach, ich liebe einfach, was in mir ist, ja, wer ich bin, wer ich geboren worden bin und wer ich auch weiterhin werden werde. Und deshalb glaube ich, dass es tatsächlich auch einen Zusammenhang gibt, zwischen dem ich zelebriere meinen Geburtstag und liebe es und der Verbindung zu mir selbst. Ein paar Gedanken dazu. Und damit sind wir ja auch eigentlich ja schon beim Kernthema. Wie gesagt, es ist ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt, weil ich gerade auch in der Vorbereitung für den Kurs bin, der, wie gesagt, am 30.08. startet. Und die Inspiration zu der Episode heute kam auch in der vergangenen Woche. Und zwar habe ich mir vorgenommen, bei diesem sogenannten Launch, also Launch nennt man die Phase, wo man sagt, so hier, ich habe ein neues Angebot, wie in diesem Fall den Online-Kurs und dann den Punkt, wo das Ganze dann startet, beziehungsweise die Zeit, wo man es halt käuflich erwerben kann. Und in der Zeit erzähle ich viel hier im Podcast und vor allen Dingen auch auf Instagram, aber auch über den Newsletter über diesen Online-Kurs. Und das ist das erste Mal, dass ich das so intensiv mache und das ist Persönlichkeitsentwicklung on the go sozusagen, weil ich damit immer und immer wieder meine eigene Komfortzone erweitere. Ich mache das, weil es mir unglaublich wichtig ist, dass so viele Menschen wie möglich von diesem Kurs erfahren, weil ich glaube, dass die Verbindung zu uns selbst das essentielle Fundament dafür ist, ein erfülltes Leben zu führen. Und das wünsche ich mir für so viele Menschen wie möglich und ich wünsche mir, dass so viele Menschen wie möglich ihre eigenen inneren Geschenke entdecken, um dann wiederum einen Beitrag zu leisten für das große Ganze. Und das große Ganze heißt nicht, dass jeder irgendwie einen Podcast starten muss, sondern das große Ganze heißt auch, dass du in deinem direkten Umfeld du selbst sein kannst. Und das ist mir, das ist meine Mission, das ist das. Und ich habe eine Vision von einer Welt, wo wir eben ganz anders miteinander umgehen, weil wir mit uns in Verbindung sind. Ich will es aber hier nicht zu weit abschweifen. Es soll ja heute um die speziellen Anzeichen gehen, woran du erkennst, dass du die Verbindung zu dir selbst stärken darfst. Ja, aber mir ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich von diesem Kurs erfahren. Und dafür darf ich präsent sein. Dafür darf ich immer und immer wieder, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es mir selbst schon zu den Ohren rauskommt, weil dann in mir die Stimme laut wird, du sprichst zu viel darüber. Ich darf immer und immer wieder darüber sprechen, weil natürlich ich kriege ja alles mit, was ich erzähle über den Kurs. Ich kriege jeden einzelnen Instagram-Post, jede Story, jeden Podcast mit. Aber du und die anderen Menschen da draußen, ihr kriegt wahrscheinlich immer nur Bruchstücke davon mit. Und deshalb erzähle ich immer und immer wieder darüber. Aber es ist für mich nicht einfach. Es ist ein Wachstumsfeld für mich, definitiv. Und ich hatte jetzt eben diese Woche eine Situation, wo ich Instagram-Posts für diese Woche vorbereiten wollte. Und ich saß da vor meinem Bildschirm und es kam und kam und kam und kam einfach nichts. Ich habe irgendwie 15 Sachen angefangen und habe es alles wieder verworfen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt so, nee, 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 das funktioniert so nicht. Dann habe ich, glaube ich, Instagram aufgemacht, bin dann natürlich auf irgendwelchen anderen Profilen gelandet und habe dann angefangen, mich zu vergleichen. Und dabei habe ich mich erwischt. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, du bist hier gerade total im Außen. Du bist, ja, dabei zu schauen, wie posten andere, um es dann auch so zu machen. Dabei weißt du, dass das nicht funktioniert. Sondern der Weg, Posts zu machen oder überhaupt Inhalte, ob jetzt für den Podcast, den Newsletter oder für Instagram, der funktioniert so, dass du nach innen gehst und in dir die Inspiration findest. Und das funktioniert für mich meistens am besten, indem ich in Stille gehe und nicht, indem ich vor dem Rechner sitze. Aber das vergesse ich manchmal. Und der andere Punkt, wo ich gemerkt habe, und ich teile gleich noch allgemeinere Punkte mit dir, aber jetzt erst mal ganz spezifisch, was dann auch zu dieser Episode geführt hat, woran ich gemerkt habe, dass ich die Verbindung zu mir verloren hatte, temporär, war, dass ich dann ganz viel in müsste und sollte gedacht habe. Dass ich so gemerkt habe, da sind Stimmen in meinem Kopf, die sagen, ja, aber du musst heute posten. Und du solltest das und das in den Post reinpacken. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Warnzeichen. Wenn ich in muss und soll denke oder rede, dann gilt es für mich immer innezuhalten und zu schauen, Moment mal, wer sagt das denn eigentlich? Wer sagt denn, ich muss posten oder was auch immer? Wer sagt denn, ich sollte das so und so und auf diese oder jene Art und Weise machen? Das sind irgendwelche Überzeugungen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, vielleicht Strategien von anderen Menschen. Und wo mein Kopf dann ein Muss und Soll draus gemacht hat. Und das sind die Momente, wo ich dann, wenn ich mich dabei erwische, das dann auch relativ schnell umkehren kann, weil ich diese Grundverbindung zu mir selbst habe, weil ich die Fähigkeit entwickelt habe, meine eigenen Gedanken zu beobachten. Das funktioniert nicht immer auf Anhieb, wie du merkst. Ja, manchmal gehe ich da einfach ein paar, was weiß ich, Stunden, vielleicht manchmal auch Tage, aber inzwischen sind es eher Stunden, mit diesen Stimmen mit diesen Stimmen in meinem Kopf, die mir irgendwelchen Bullshit erzählen. Aber meistens fange ich mich inzwischen relativ schnell, weil ich dann merke, Moment mal, was redest du da eigentlich in deinem eigenen Kopf? Das ist eine super, super wichtige Fähigkeit. Und für mich ist denn, wenn ich dann sehe, wenn ich entdecke, wenn ich höre und beobachte, dass ich von muss und müsste und sollte spreche, bedeutet das eben für mich, dass das nicht aus einem ich will, ja, ich beabsichtige, ich möchte, es ist mir ein Bedürfnis, ja, nicht aus mir heraus handele, sondern, dass ich mich entweder gerade wirklich aktiv auf Instagram oder so oder in meinem Kopf vergleiche und meine Handlung, die ich eigentlich will oder die aus meinem Inneren kommt, negiere und stattdessen eben sagt, ich müsste oder sollte A, B, C oder D tun, ja, was ich irgendwie aufgeschneppt habe, was ich gerade irgendwo beobachte oder was auch immer. Ja, das heißt, diese beiden Wörtchen, müsste und sollte, deuten immer darauf hin, für mich jedenfalls, du kannst ja mal anfangen zu beobachten, wie es bei dir ist, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem, was eigentlich mein Inneres will und das, was mein Kopf versucht, mir aufzuzwingen, sozusagen. Und das ist eben für mich ein ganz, ganz wichtiges Warnsignal, dass ich eben inhalten darf und dass ich zu mir zurückkommen darf. Und was ich in dem Moment gemacht habe, ist, ich habe erst mal den Rechner zugeklappt. Dann habe ich mich ein bisschen bewegt, um wieder in meinen Körper zurückzukommen, weil wenn da die Stimmen im Kopf so aktiv sind, dann bedeutet das meistens auch, dass wir sehr, sehr kopflastig unterwegs sind. Und dann hilft es einfach zurück ins Spüren, in den Körper zu kommen. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Mal tief durchgeatmet. Und dann habe ich handschriftlich weitergearbeitet. Das heißt, ich habe auf Papier und Stift meine Ideen notiert, beziehungsweise erst mal war es nur Mist, der da rauskam. Aber der Mist musste erst mal raus. Und dann fing die Kreativität wieder an zu fließen. Und deshalb bin ich auch so ein großer Freund vom Journaling, weil einfach durch das handschriftliche Schreiben im Vergleich zum Tippen auf dem Computer oder auf dem Handy ein physischer Prozess mit deinem Körper passiert, der einfach viel, viel komplexer ist als eben das Tippen. Wenn du mit dem Stift auf dem Papier schreibst, sind viel mehr Muskeln und auch viel mehr Gehirnareale aktiv. Und dementsprechend können so jetzt gerade vielleicht in puncto Kreativität oder auch, wenn es darum geht, dich selbst zu erkennen, dich selbst wahrzunehmen. Ja, so gewisse Blockaden, auch wenn ich kein Freund von dem Wort Blockaden bin, können gelöst werden. Einfach, weil du mit der Hand schreibst, statt zu tippen. Das ist dann in dem Moment auch passiert. Nach kurzer Zeit floss der Text für den Instagram-Post nur so aus mir raus. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, bezogen auf Kreativität. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Dinge in deinem Leben, wo die Verbindung zu dir selbst wichtig ist und wo, wenn du sie entweder gar nicht hast oder temporär verloren hast, es Dinge gibt, woran du merken kannst, dass du diese Verbindung gerade nicht hast, dass der Draht zu dir selber gerade nicht da ist oder nicht so stabil und klar ist. Und ich habe übrigens zu dem Beispiel, was ich jetzt gerade geteilt habe, die Woche auch ein spontanes Instagram live gemacht, weil das war dann nämlich auch der zweite Teil, der dazu beigetragen hat, dass ich vorwärts gekommen bin, weil ich mich noch gefragt habe, wie kann es denn leichter sein, als jetzt einen Text zu schreiben und ein Bild dazu kreieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich teile einfach, was ich gerade erlebe, weil es ja genau um das Thema geht, über das ich ja auch sprechen möchte, die Verbindung zu mir selbst. Und dann kam die Idee, ah ja, aber hier, ich kann irgendwie auf Instagram keine langen Videos hochladen und so und dann, ja, aber wie kann es denn einfacher gehen? Ach, ich gehe einfach kurz live. Das habe ich dann gemacht und das kannst du dir auch noch anschauen. Das werde ich dir auch mal in den Show Notes verlinken. Da habe ich dich sozusagen mehr oder weniger in Echtzeit, nicht ganz, aber fast, mit in dieses Beispiel reingenommen. Das war jetzt ein sehr langer Weg, um zu erklären, wie es zu dieser Episode gekommen ist. Doch ich wollte das persönliche Beispiel mit dir teilen. Einerseits, weil du vielleicht auch schon Dinge für dich rausziehen kannst. Andererseits aber vor allen Dingen auch, um dir zu zeigen, dass auch wenn ich schon lange auf diesem Weg bin, ich habe es in der letzten Episode erzählt, dass die Verbindung zu mir selbst angefangen hat, wieder in Anführungsstrichen zu funktionieren, ja, dass so die Leitung wieder funktioniert hat. Das war, als ich angefangen habe mit dem Solvenor, das ist zehn Jahre her. Und trotzdem ist es heute so, und es wird auch weiter so bleiben, weil es, wie gesagt, keine Standleitung ist, dass ich und genauso du und alle anderen Menschen diese Verbindung zu sich selbst, dass wir die immer und immer wieder mal verlieren. Und vor allen Dingen, weil wir dann irgendwie im Kopf landen. Und ich möchte deshalb jetzt, aufgeteilt habe ich es übrigens nach Körper, Geist und Seele, genauso wie es im Reconnect-Online-Kurs auch sein wird, habe ich mal ein paar Sachen gesammelt, ein paar Anzeichen, die dir eben zeigen können, oh, stopp, ich darf innehalten, ich darf mich mit mir selbst verbinden. Wie auch immer das dann für dich aussieht, das ist jetzt nicht zentrales Thema dieser Episode, sondern es geht vor allen Dingen erstmal darum, und da lade ich dich natürlich auch zu ein, jetzt, wenn du zuhörst, mal für dich zu reflektieren, welche dieser Situationen, welche dieser Anzeichen kenne ich aus meinem Leben? Und wenn du dich vielleicht in vielen Dingen wiedererkennst, dann nicht irgendwie, ja, dich entmutigt fühlen, sondern das Ganze als eine sehr klare Einladung zu verstehen, dich mit der Verbindung zu dir selbst zu beschäftigen. Weil vielleicht genauso wie bei mir damals, diese Verbindung auch irgendwann einfach vielleicht verloren gegangen ist im Erwachsenenleben. Als Kinder, glaube ich, haben wir die alle, aber im Erwachsenenleben sind wir sehr im Außen häufig jedenfalls. Vor allen Dingen, wenn wir dann anfangen zu arbeiten und vielleicht auch Kinder kriegen oder ein Haus bauen oder, ja, mit lauter Dingen beschäftigt sind, die eben sehr im Außen stattfinden. Und diese Verbindung zu dir selbst ist natürlich etwas, was im Innen stattfindet. Und deshalb, ja, wie gesagt, vielleicht ist es für dich eine Einladung, wenn du dich hier an vielen Stellen wieder entdeckst. Ich möchte vorher noch einen Disclaimer loswerden. Und zwar sind natürlich viele Dinge, von denen, die ich jetzt hier erzähle, auch können durch andere Dinge ausgelöst werden. Für die Dinge, für diese Anzeichen kann es auch andere Ursachen geben, als nur die Verbindung zu dir selbst. Wenn einfach gerade vielleicht viel los ist in deinem Leben oder vielleicht irgendwas Herausforderndes passiert ist, kann es auch zu dem einen oder anderen Anzeichen kommen oder es kann auch ganz andere Ursachen geben. Und natürlich sind wir als Menschen vielschichtige Wesen. Das heißt, es gibt nicht immer nur schwarz und weiß und den einen Grund und deshalb ist das so oder so. Sondern diese Anzeichen, die ich jetzt mit dir teile, die sind als Hinweise, als Ideen für dich gedacht, um dich selbst zu reflektieren und ein Gefühl dafür zu bekommen, ist die Verbindung zu mir selbst etwas, woran ich arbeiten darf? Und dann natürlich zu schauen, ob du das auch möchtest. Und ich habe es wie gesagt in Körper, Geist und Seele unterteilt. Und wir starten mit körperlichen Anzeichen. Auch hier nochmal kurz ein Disclaimer. Ich bin natürlich keine Ärztin und ich bin auch keine Heilpraktikerin. Das heißt, wenn du körperliche Symptome hast, dann lass die bitte unbedingt mit einem Fachmann, einer Fachfrau deines Vertrauens abklären. Aber ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung und zum Beispiel auch aus den Coaching-Prozessen, die ich begleite, sagen, dass es häufig körperliche Signale gibt, die wir manchmal auch sehr lange, so war es in meinem Fall, ignorieren, die uns darauf aufmerksam machen wollen, dass wir wieder mehr in Verbindung mit uns kommen dürfen. Bei mir war es so, dass ich jahrelang körperliche Symptome, Rückenschmerzen, Tinnitus, Verdauungsbeschwerden, alles Mögliche ignoriert habe oder vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen habe bzw. nicht an mich ranlassen wollte, dass diese Dinge vielleicht auch irgendeine andere Ursache haben könnten als ich habe was Falsches gegessen oder so. Und diese Trennung von mir selber war damals, das habe ich auch in der letzten Episode erzählt, in Anführungsstrichen nötig, weil ich mir sonst ganz andere Dinge über mein Leben noch hätte eingestehen müssen, wenn ich mir eben wieder in die Verbindung mit mir gegangen wäre, was ja dann endgültig irgendwann natürlich auch passiert ist. Aber zu dem Zeitpunkt, wo diese körperlichen Signale kamen, war ich noch nicht bereit dafür. Wobei, das weiß ich heute, Rückenschmerzen und Tinnitus zum Beispiel ganz typische Symptome sind, die auf chronischen Stress hinweisen können. Mit Ausrufezeichen. Das heißt, wenn du vielleicht immer wieder Schmerzen hast, Ohrgeräusche hast, irgendwelche anderen Symptome in deinem Körper wahrnimmst, die keinen erklärbaren Grund haben, vielleicht warst du sogar auch schon mal beim Arzt und der hat nichts gefunden. Das ist, gibt es dieses, ich glaube schon auch ein bisschen gefürchtete Wort der psychosomatischen Erkrankungen. Und was das bedeutet, ist am Ende, dass dein Körper, dass deine Seele dich darauf hinweisen wollen, so ist meine Überzeugung jedenfalls, dass es etwas gibt, wo du hinschauen darfst. In meinem Fall war es eben so, dass ich unfähig war, Grenzen zu setzen, dass ich mir viel zu viel aufgehalst habe, sowohl beruflich als auch privat. Und mein Körper hat mit mir gesprochen und ich habe es jahrelang ignoriert. Und es ist wie es ist, aber an dieser Stelle für dich die Einladung, wenn du das immer wieder erlebst, wenn du immer wieder krank bist, wenn du immer wieder Schmerzen hast oder so, die keinen Grund haben, wo auch keine physische Ursache für gefunden werden kann. Wie gesagt, lass das bitte immer abklären. Dann ist es vielleicht ein Ansatz, mal zu schauen, mal in dich zu gehen und an der Verbindung mit dir selbst zu arbeiten. Und so viel sei schon mal gesagt, herzliche Einladung zu Reconnect to Yourself an dieser Stelle. Ich werde am Ende noch mal ein bisschen was zum Kurs sagen. Und in meiner persönlichen Erfahrung, das ist meine Überzeugung, du schaust mit dir, ob das mit dir resoniert oder nicht, denke ich, dass sehr, sehr viele Krankheiten, ich will nicht per se sagen alle, aber sehr, sehr viele Krankheiten auch eine Botschaft mit sich bringen. Wenn du den Podcast schon sehr lange hörst, dann weißt du, dass ich im Jahr 2018 auch eine Vorstufe Gebärmutterhalskrebs, eine sogenannte Dysplasie hatte. Und das ist rückblickend für mich. Ich bin dann damals eben auch schon mit diesem Bewusstsein daran gegangen, dass da eine Botschaft drin stecken könnte. Rückblickend ist das für mich ein ganz, ganz großer Wendepunkt gewesen, denn kurz danach habe ich mich zu meiner Coaching-Ausbildung entschlossen, weil die Botschaft, die Botschaft dieser Krankheit für mich war, dass ich noch tiefer in mich gehen darf und dass ich noch mehr in mir entdecken darf und dass daraus dann entsprechend der Wunsch entstanden ist, diese Coaching-Ausbildung zu machen in der Kurzfassung. Ja, ein anderes Symptom oder ein anderes Anzeichen dafür, dass du vielleicht auch mehr in dich und mehr zu dir kommen darfst, ist Erschöpfung. Auch das kann natürlich ganz andere Ursachen haben. Habt das bitte immer im Hinterkopf. Aber ich weiß, dass ich damals häufig sehr erschöpft war. Nicht nur, weil ich viel gearbeitet habe, sondern auch, weil, und das ist so interessant, da heute mit auch meinem Human Design Wissen draufzuschauen, weil ich sehr gegen meine Energie gelebt habe und sehr wenig Dinge am Ende jedenfalls der Zeit in der Festanstellung hatte, die mir an meiner Arbeit Freude gemacht haben und das für mich total wichtig ist, basierend auf meinem Human Design Wissen von heute, weiß ich das. Und das heißt, auch das war für mich eine Einladung, die ich aber damals nicht verstanden habe, mehr mit mir in Verbindung zu gehen. Und ich habe gerade schon mal für mich persönlich über das Thema Grenzen gesprochen, aus meiner eigenen Erfahrung, dass du vielleicht manchmal, so wie ich es damals gemacht habe, immer und immer wieder auch über deine Grenzen, vor allen Dingen auch deine körperlichen Grenzen gehst. Sei es jetzt, dass du unglaublich viel arbeitest oder dir überhaupt keine Pausen erlaubst oder vielleicht den ganzen Tag vergisst zu trinken oder dein Verhältnis zum Essen unentspannt ist, in welche Richtung auch immer. Ich glaube, dass all das, wenn wir keine Grenzen setzen können und wenn wir auch unsere eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehmen, so auch angefangen von den körperlichen Bedürfnissen, dass auch das Einladungen dafür sind, mehr in die Verbindung mit uns zu kommen. Das heißt nicht, dass ich heute immer perfekt meine Grenzen setze und perfekt alle meine Bedürfnisse immer spüre und wahrnehme, aber ich bin sehr, sehr viel besser da drin geworden und sehe das eben auch immer wieder im Coaching-Prozess, dass wenn wir mit so Kleinigkeiten anfangen, mein Lieblingsbeispiel ist immer, wie oft, wenn du zum Beispiel an deiner Arbeit dran sitzt oder eben mit irgendwas gerade beschäftigt bist, merkst du, oh, ich müsste mal auf Toilette oder ich habe Durst. Und wie oft machst du das dann in dem Moment, wo du es das erste Mal bemerkst oder wie oft machst du dann erstmal weiter mit deiner Arbeit und sagst, ja, gleich, gleich. Und da erwische ich mich heute immer noch dabei, dass wenn ich gerade am Computer bin und irgendwas irgendwo im Flow bin, irgendwas spannend ist und ich merke, oh, ich könnte mal auf Toilette gehen, dann zack, habe ich das eigene Bedürfnis nach hinten geschoben und mache schnell weiter am Computer und sage mir gleich, gleich, gleich. Und gleich wird dann plötzlich eine halbe Stunde, eine Stunde und dann merke ich irgendwann, oh, 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 jetzt muss ich aber wirklich, ja. Und das ist ja nicht dramatisch, aber genau diese kleinen Anzeichen sind es für mich, die mir dann zeigen, okay, ich war sehr im Kopf, ich bin, weil sonst hätte ich ja gespürt, was mein Körper will, ja. Und das kann natürlich auch manchmal schön sein, wie gesagt, ich habe ja gerade vom Flow gesprochen, also wenn wir wirklich irgendwie gerade an irgendwas dran sind, was uns auch Freude macht und wo wir sehr, sehr fokussiert sind im positiven Sinne. Natürlich können wir dann manchmal auch den Kontakt zu unserem Körper verlieren und nicht merken, dass wir auf Toilette müssen oder so. Ja, also das ist, wie gesagt, sehr, sehr vielschichtig. Aber an dieser Stelle einfach für dich mal die Einladung anzufangen, darauf zu achten, wie oft gehe ich über diese ganz kleinen alltäglichen Bedürfnisse, vor allen Dingen auch die körperlichen, wie gehe ich darüber hinweg und wann nehme ich die ernst? Und meiner Erfahrung nach ist es eben so, je besser du mit dir in Verbindung bist, desto mehr nimmst du diese Signale deines Körpers nicht nur wahr, sondern du nimmst sie eben auch ernst und du erfüllst sie deinem Körper, diese Bedürfnisse. Und ja, das ist mal so ein kleiner Überblick an Dingen, an Anzeichen, die dir zeigen können, dass du die Verbindung zu dir, in diesem Fall die Verbindung zu deinem Körper, aber es ist auch alles nicht voneinander trennbar, Körper, Geist und Seele. Das ist ja alles Teil von dir, dass du diese Verbindung stärken darfst. Und damit kommen wir zum zweiten Teil, dem Geist. Bei der Verbindung zu deinem Geist geht es für mich vorrangig um zwei Dinge. Einerseits das, was ich eben schon aus meiner persönlichen Erfahrung erzählt habe, Beobachter in deiner Gedanken werden zu können, um Abstand zu deinen eigenen Gedanken, zu den Stimmen in deinem Kopf, zu den Überzeugungen in deinem Kopf gewinnen zu können und aus dem Abstand heraus diese Dinge anders betrachten, anders bewerten zu können und dich eben zu fragen, so wie ich es in dem Beispiel gemacht habe, muss ich wirklich, soll ich wirklich? Und was reden mir diese Stimmen da ein und wo kommt das eigentlich her und will ich dem eigentlich folgen? Und der zweite Punkt, der natürlich auch damit zusammenhängt, es geht ja um deinen Geist, ist, wenn wir sehr, sehr oder du sehr, sehr kopflastig leben solltest. Das heißt eben, dass alles in deinem Leben vor allen Dingen von dem bestimmt wird, was in deinem Verstand passiert. Das sind so für mich die beiden großen Oberthemen, wenn es um den Geist geht. Wenn es darum geht, deine eigenen Gedanken beobachten zu lernen, gibt es einfach Tools und Möglichkeiten, um da hinzukommen und wie gesagt, das Wichtige ist, zu erkennen, was treibt mich eigentlich an? Sind das Dinge, von denen ich mich auch antreiben lassen möchte oder möchte ich da andere neue Entscheidungen treffen? Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich bin eine Person, ich lebe extrem kopflastig, dann mach dich bitte nicht dafür fertig, denn einerseits leben wir in einer Gesellschaft, die sehr auf den Verstand fokussiert ist, wo der Körper gar nicht viel Rolle spielt und wenn dann, nur in dem Sinne, dass er gut aussehen und optimiert werden muss, um es jetzt mal drastisch zu sagen. Und vielleicht ist es bei dir ja auch so wie bei mir damals, dass ich eben sehr, sehr im Verstand gelebt habe, nicht nur, weil mein Job so ausgelegt war, sondern auch, weil mich das davor beschützt hat, wirklich mit meinem Inneren und mit meinem Körper und mit meiner Seele in Kontakt zu kommen. Das kopflastige Leben war ein Schutzmechanismus für mich, weil solange ich Dinge rational betrachten konnte, solange habe ich auch irgendwelche Erklärungen und Ausreden gefunden für zum Beispiel meine körperlichen Symptome oder für meine Unzufriedenheit und musste nicht mich mit dem beschäftigen, was wirklich in mir drin war, was ich hätte tun müssen, wenn ich vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt in die Verbindung mit mir selbst gekommen wäre. Und das heißt, wenn du das Gefühl hast, dass du lebst, generell kopflastig, wie gesagt, sei liebevoll, sei mitfühlend mit dir, aber woran du das erkennst, ist, wenn du eben ein Leben führst, was vor allen Dingen darauf basiert, ja, sehr logisch vorzugehen und sehr vernünftige Entscheidungen zu treffen oder dich aber zum Beispiel für Entscheidungen vor allen Dingen im Außen zu orientieren. Ja, genauso wie es in meinem Beispiel mit dem Instagram-Post war, als ich dann nach außen gerutscht bin in Anführungsstrichen, habe ich gemerkt, Moment mal, hier bin ich nicht mehr in der Verbindung mit mir selber. Das heißt nicht, dass du dich nicht vom Außen inspirieren lassen sollst, ja, keine Frage, Inspiration ist wundervoll, aber die Frage ist, ist es Inspiration oder vergleichst du dich und fühlst dich dadurch beschissen oder folgst du irgendwelchen Ratschlägen, die überhaupt nicht dir entsprechen, die vielleicht für andere funktionieren, aber für dich nicht oder richtest du dich vor allen Dingen zum Beispiel mit deinen Entscheidungen daran aus, was die anderen Menschen von dir erwarten und ist das überhaupt in Einklang mit dir? Das sind mal so ein paar Anregungen, wo du dich selber mal anschauen darfst und dein Leben anschauen darfst. Und wo wir gerade beim Thema Entscheidungen sind, auch wenn dir grundsätzlich Entscheidungen sehr, sehr schwer fallen, wenn du vielleicht extrem lange, vor allen Dingen im Kopf eine Entscheidung hin und her drehst und abwächst und Pro- und Kontralisten schreibst und dir das Gefühl dafür fehlt, was könnte die für mich passende Entscheidung sein und ständig dein Kopf mit Zweifeln und ähnlichen Kommentaren dazwischen geratscht, ist auch das in meiner Erfahrung und Sicht eine Einladung, die Verbindung zu dir selbst zu stärken, um Entscheidungen mehr aus deiner Intuition, aus deinem Bauchgefühl heraus treffen zu können. Das heißt nicht, dass du den Verstand abschalten solltest, das ist ein wunderbares Werkzeug, um dich für deine Entscheidungen ja sozusagen zu informieren, aber wenn eben so gar kein Gefühl dafür ist und die Entscheidungen vor allen Dingen auf dem Außen beziehungsweise der Logik oder der Vernunft basieren, dann ist die Frage, ob es dann immer Entscheidungen sind, die sich auch im Nachhinein für dich passend anfühlen oder wo du die Erfahrungen und Erlebnisse machst, die dich als Mensch wachsen lassen. Und das kannst du natürlich auch einfach mal im Rückblick anschauen. Wie habe ich in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen und zu welchen Ergebnissen hat das für mich geführt? Wie hat sich das angefühlt? Und wenn du vielleicht bei deinen, gerade auch vielleicht bei größeren Lebensentscheidungen oder so sehr im Außen orientiert bist, dir vielleicht auch viele Gedanken darüber machst, was andere Menschen über dich denken könnten, wenn du jetzt diese oder jenen Weg einschlägst, dann kann es sein, dass du irgendwann aufwachst und so ging es mir eben auch, dich fragst, so wie bin ich in diesem Leben gelandet? Und es fühlt sich einfach plötzlich, also bei mir war es, ja, es war nicht plötzlich, es war ein Prozess, aber die Erkenntnis kam plötzlich. Es fühlte sich an wie ein falsch sitzendes Kleidungsstück, was ich mir von jemandem ausgeliehen habe und was auch nicht meinem Stil entspricht. Und ich glaube, dass das natürlich der Beginn davon ist, zu merken, Moment mal, da ist was anderes in mir, das möchte raus. Und das, was ich mir im Außen als Leben kreiert habe, sitzt plötzlich wie ein falsches Kleidungsstück. Und wenn man diesen, ja, diese Differenz, diesen Konflikt spürt, glaube ich, ist das schon der erste Schritt wieder zurück in die Verbindung mit sich selbst, wenn man denn dem dann auch folgt, ja, den Brotkrumen sozusagen und nicht sagt, ich akzeptiere einfach, dass ich hier in einem falschen Leben bin, dass sich mein Leben anfühlt wie ein falsches Kleidungsstück und ich ertrage das jetzt einfach bis an den Rest meines Lebens. Wenn du diese, ja, dieses Unbequeme spürst, dann ist das eine Einladung, die Einladung mit dir in Verbindung zu gehen und zu entdecken, was da in deinem Inneren nach draußen will, was nicht zu dem passt, was gerade im Außen Tatsache ist. Und ich habe es gerade schon gesagt, ja, unser Geist ist ein unfassbar brillantes und wundervolles und manchmal auch ein bisschen beschränktes Werkzeug, was wir nutzen dürfen, was uns auf unserem Weg in unserem täglichen Leben unterstützen soll. Aber ich sehe es eben immer wieder und kenne es, wie gesagt, aus meiner eigenen Vergangenheit, so viele Menschen lassen sich von ihrem Geist, ja, wie ein Sklave behandeln, ich sage es jetzt einfach mal so, ja, oder eine Sklavin. Wenn der Geist der einzige Treiber fürs Leben ist und wenn die Gedanken, die einen dann antreiben, eben keine motivierenden, keine aufbauenden, keine mitfühlenden, keine neugierigen, keine liebevollen Gedanken sind, sondern wenn es eher die kritischen Gedanken sind oder die Zweifel oder eben die Gedanken darüber, was die anderen denken könnten, ja, dann ist der Geist kein Werkzeug mehr und etwas, was uns unterstützt, sondern ist der, dann ist der Geist etwas, was uns auf eine Art und Weise antreibt, die uns auch davon abhält, unser Leben genießen zu können. Und am Ende, in meiner Perspektive oder in meiner Meinung nach, geht es vor allen Dingen darum, dass du dein Leben genießt und wenn du merkst, dass deine Gedanken, welcher Natur auch immer sie sind, dich davon abhalten, dass du wirklich dein Leben genießen kannst, dass du Dinge tun kannst, die dir Freude machen, die du aber vielleicht nicht tust, weil du dir Sorgen darüber machst, was andere denken könnten, wenn du diese Entscheidungen triffst oder wenn du solche Dinge tust, dann ist das eine dicke, fette Einladung, in die Verbindung mit dir zu kommen, um dann im ersten Schritt, ja, Beobachter in deiner Gedanken zu werden oder dir eben Tools anzueignen, die dich dabei unterstützen können, deine eigenen Gedanken zu beobachten, um dann diese immer wieder zu hinterfragen. Das ist auch anstrengend, aber es ist auch unglaublich befreiend, wenn du erst einmal erkennst, nach was für Überzeugungen handele ich hier eigentlich und will ich das eigentlich. Und deshalb, ja, wenn du merkst, dein Kopf bestimmt dein Leben und zwar ausschließlich oder zum größten Teil, dann ist das eine Einladung, mit dir in Verbindung zu kommen. Und damit kommen wir noch zum dritten Part der Seele, die ein bisschen schwerer zu greifen ist natürlich. Da habe ich übrigens, das war der Text, der dann am Ende aus mir rausgeflossen ist, die Kreativität wieder floss. Ich werde dir auch den Instagram-Post mal verlinken. Da habe ich über die Seele geschrieben, die so schwer greifbar ist, von der ich aber überzeugt bin, dass sie in jedem von uns wohnt. Und dass es eben auch bei all den Dingen, die ich jetzt bezüglich Körper und Geist gesagt habe, am Ende die Seele ist, die uns mit all diesen Symptomen oder all diesen Anzeichen darauf hinweisen will, dass da noch mehr in uns ist oder dass da was anderes in uns ist, was raus möchte, als das, was wir im Moment leben. Und das ist ja der Ruf ins authentische Leben, weil authentisch bedeutet echt. Und ich glaube, dass die Seele unser echter Kern ist, der nach draußen möchte. Und das wird so lange an deine innere Tür klopfen, bis du diesem Ruf folgst. So ist es meine eigene Erfahrung und so sehe ich es eben auch bei Menschen im Coaching und ich sage mal da draußen immer wieder. Und ich sehe vor allen Dingen auch, wie miserabel es den Menschen geht, die zwar diesen Ruf auf eine gewisse Art und Weise spüren, den Ruf ihrer eigenen Seele in Form von Träumen, von Visionen, die sie eigentlich haben, dem aber nicht folgen. Und eben in ihrem Leben, was sich wie ein schlecht sitzen, das Kostüm anfühlt, drinnen bleiben. Das sind die Menschen, die, wenn du über die Straße läufst, ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter machen und die, ich fand das immer so gruselig, als ich eine Zeit lang, lange nachdem ich meine Festanstellung schon gekündigt hatte, morgens immer mit der Bahn, mit der S-Bahn zu einem Job gefahren bin. Da habe ich eine Zeit lang als Freelancer im Büro eines Kunden gesessen und diese Kälte und Frustration und jeder Start in sein Handy, diese, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, im negativen Sinne, schaudert es mich, die ich immer in dieser S-Bahn wahrgenommen habe. Und ich saß da mittendrin mit meinem grünen Smoothie-Frühstück, bin angeguckt worden wie ein Alien, hatte natürlich nicht jeden Tag, ich bin kein Morgenmensch, aber ich hatte nicht jeden Tag ein Grinsen auf dem Gesicht, aber ich hatte das Gefühl, in mir ist Leben und in ganz vielen anderen Menschen war nicht besonders viel Leben. Und das ist es, wie es sich anfühlt oder auch nach außen äußern kann, wenn man eben seiner eigenen Seele nicht den Raum gibt, den sie gerne möchte und den sie sich auch versucht zu holen durch all die anderen Anzeichen. Und das soll Menschen, die in ihrem Leben bleiben, was ihnen eigentlich nicht passt, nicht abwerten. Ich bin selber an dieser Position gewesen und weiß, dass, wenn man da mittendrin steckt, das häufig auch gar nicht so bewusst mitbekommt, eben weil die Verbindung zum Selbst nicht da ist, die, wenn man sie hätte, einem sehr deutlich, so wie ich es in der letzten Episode von meinem Erlebnis in Marokko geschildert habe, sehr deutlich sagt, wo es in Anführungsstrichen lang geht im Leben. Und dass das, was gerade im Außen ist, nicht das ist, was zu dem Innen passt. Und gerade wenn man in so einer Frustration und einer Unzufriedenheit drinnen steckt, fehlt dann häufig auch der Blick und die Offenheit dafür, um nach Alternativen zu schauen, um offen, im wahrsten Sinne des Wortes, offenen Herzens, offenen Geistes durch die Welt zu gehen und mitzubekommen, dass es überall Zeichen, dass es überall Hinweise dafür gibt, was denn passen könnte. Aber wenn man eben nicht mit sich verbunden ist, dann kriegt man diese Hinweise nicht mit. Und das ist menschlich, glaube ich, weil es einfach, wie gesagt, für mich damals auch ein Schutzmechanismus war. Und ich glaube, für viele andere Menschen ist es das auch, im Kopf zu sein und nicht mit sich in Verbindung zu sein, weil natürlich Veränderung super scary ist, weil Veränderung krasse Konsequenzen nach sich ziehen kann in jede Richtung. Und nicht jeder Mensch ist bereit dazu oder willens, das in Kauf zu nehmen bzw. sich dieser Unsicherheit hinzugeben. Und je mehr du mit deiner Seele in Kontakt kommst, desto weniger fühlt sich diese Unsicherheit bedrohlich an. Das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Und jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift, aber um nochmal zurück zu dem Anzeichen zu kommen, woran du merken kannst, ob du mit deiner Seele in Kontakt bist, meiner Überzeugung nach, ist einerseits, wenn du sehr unzufrieden, wenn du sehr frustriert bist und da drinnen hängst, ohne dir selber die Fragen zu stellen, die dich auf die Fährte bringen könnten, warum das so ist, dass du unzufrieden bist, dass du frustriert bist oder ähnliches, dann ist das, ich glaube, dass Unzufriedenheit und Frustration, weil die um Design wissen, muss man Frustration vielleicht so ein bisschen ausklammern, bleiben wir bei Unzufriedenheit, dass Unzufriedenheit ein Signal deiner Seele ist. Weil eben, wenn dein Innen, deine Seele nach draußen möchte und dein Außen sieht anders aus als das, was deine Seele möchte, dann gibt es einen Konflikt. Und dann bist du eben im Unfrieden, übersetzt in der Unzufriedenheit. Und wenn du den Weg gehst, dein Innen und dein Außen anzugleichen, besser gesagt, dein Außen an dein Innen einzugleichen, nicht dein Innen an das Außen anzugleichen, wenn du das in Einklang miteinander bringst, dann entsteht Zufriedenheit. Dann entsteht ein Friede zwischen dem Innen und dem Außen. Und dazu möchte dich deine Seele einladen. Und wenn du eben auch merkst, dass du so gar kein Gefühl dafür hast, wo die Richtung deines Lebens lang geht, dann meine ich nicht irgendwie, das ist hier mein Zehnjahresplan und das sind Schritt 1, 2, 3, 4, 5, die ich da hingehe. Und es muss auch kein klares Ziel oder eine klare Vision sein. Aber wenn du ein Gefühl davon hast, geführt zu sein, aus deinem Inneren heraus, dann bist du mit deiner Seele in Kontakt. Und ich glaube, wenn das so komplett fehlt und wenn du sehr auch wieder hier aufs Außen fokussiert bist, um den Weg durch dein Leben zu finden, dann ist auch das eine Einladung in Verbindung mit dir und speziell in Verbindung mit deiner Seele zu kommen. Denn für mich in meiner Erfahrung und so wie ich die Seele verstehe, ist die Seele das, was dich führt. Und die Sprache der Seele ist einerseits deine Intuition, die dann eben auf Zeichen reagieren kann, auf Hinweise reagieren kann. Deine Seele, die dir den Blick dafür schenkt, was für dich interessant sein könnte. Und die Intuition, die dich dabei unterstützt, bei Entscheidungen den Weg zu gehen, der für dich und deine Seele passend ist und nicht der, der irgendwie der logischste oder der am meisten akzeptierteste Weg ist oder so. Und der andere Teil der Sprache der Seele sind die Emotionen, sind deine Gefühle. Und wie viele Menschen sind abgeschnitten von ihren Emotionen? Und auch hier hebe ich wieder die Hand, dass es in der Vergangenheit sehr extrem war und dass es auch immer noch ein Thema ist, wo ich weiter daran arbeite, den Zugang zu meinen eigenen Emotionen noch wieder weiter und offener zu machen. Weil auch das ein Thema ist, was in unserer Gesellschaft keine Rolle spielt. Sogar im Gegenteil, Emotionen werden in unserer Gesellschaft als etwas Schlechtes, als etwas Schwaches, als etwas sehr, ja, Unberechenbares dargestellt. Und das beginnt langsam sich zu wandeln, aber es ist eben sehr langsam. Und deine Seele, die teilt dir Botschaften mit über deine Emotionen. So ist meine Weltsicht, meine Sicht der Seele. Und je mehr du in Kontakt mit deinen eigenen Emotionen kommst, desto klarer werden eben auch die Botschaften, die deine Seele dir schicken möchte, neben deiner Intuition. Und die können dich führen. Und dann entsteht eben ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Natürlich gibt es trotzdem weitere Momente, wo man sich unsicher fühlt und wo Ungewissheit unangenehm ist. Aber es entsteht ein größeres Gefühl der inneren Sicherheit für die Richtung im Leben, auch wenn du keinen 10-Jahres-Plan hast oder ähnliches. Weil das Vertrauen entsteht, dass deine Seele und das Leben und das Universum und wer da sonst noch so eine Rolle spielt in deiner Weltsicht, dich dahin führen, wo du hin sollst, wo du hin darfst, ja, wo es für dich vorgesehen ist, hinzukommen. Und ein letzter Punkt zur Seele. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben so an dir vorbeirast, weil du zum Beispiel vielleicht sehr im Kopf bist, dann ist das die Einladung, mehr auch in den Moment zu kommen. Weil ich glaube, dass der Kontakt zu unserer Seele nur dann funktionieren kann, wenn wir im Hier und Jetzt sind und wenn wir innehalten. Und dieses innehalten kann Sekunden sein, das können längere Pausen sein, kann ganz unterschiedlich aussehen und es kann einfach, ja, mein Lieblingsbeispiel ist immer am Wegesrand stehen bleiben und ganz bewusst an der Blume riechen und das wirklich aufzusaugen und in dem Moment nur mit dieser Blume zu sein und nicht mit den Gedanken schon wieder 15 Schritte im Voraus. Das heißt auch, wenn du merkst, mir fällt es extrem schwer, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, dann ist auch das eine Einladung, mehr mit deiner Seele, mehr mit dir selbst in Kontakt zu kommen. Und jetzt merke ich gerade, es war doch noch nicht der letzte Punkt für die Seele. Ich habe noch ein letztes Anzeichen und zwar, wenn es dir außerdem vielleicht auch schwerfällt, wirklich tiefe, erfüllende Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Und an dieser Stelle fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter, das Wort Seele durch Herz zu ersetzen. Mag sein. Schau, was für dich passt. Aber es ist erforderlich, dass du deine Seele respektive dein Herz öffnen kannst und dafür musst du erst mal damit in Kontakt sein, um wirklich in tiefe Verbindung mit anderen Menschen zu kommen. Dazu gibt es auch schon eine ganze Podcast-Episode, die werde ich dir auch mal in den Shownotes verlinken. Mein Bild dafür ist eben immer, wenn du von deiner eigenen Seele, von deinem eigenen Herz abgeschnitten bist, dadurch, dass du eine Mauer da drum gebaut hast, auch wieder vielleicht oder sehr wahrscheinlich, um dich zu schützen. Und die andere Person hat das auch. Wie sollt ihr dann miteinander wirklich in Kontakt kommen mit dem, was euch tatsächlich ausmacht, wenn da immer diese Mauern dazwischen sind? Und wir dürfen eben lernen, diese Mauern Stück für Stück abzutragen, die wir aller Wahrscheinlichkeit nach zu unserem eigenen Schutz errichtet haben, um dann wirklich von Herz zu Herz, von Seele zu Seele in Verbindung zu kommen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass auch wenn manche Menschen es vielleicht nicht wissen, dass es genau diese Verbindungen sind, die wir uns alle wünschen. Und dass das ein ganz essentieller Teil des Menschseins ist, in solche Verbindungen zu gehen und dass die aber nur erfüllt werden kann, die Sehnsucht nach dieser tiefen Verbindung, wenn wir in Kontakt mit uns selbst sind. Weil sonst kommunizieren da immer diese beiden Mauern oder man kann auch das Bild nutzen, da kommunizieren dann zwei Masken miteinander und das bleibt immer an der Oberfläche. Das kann nie die Tiefe erreichen, die wir uns Menschen wünschen und die uns wirklich berührt und erfüllt. Ja, das waren einige Anzeichen von Körper, Geist und Seele, die dich darauf hinweisen können, dass du vielleicht stärker in die Verbindung mit dir selbst kommen darfst oder überhaupt erstmal in die Verbindung mit dir selbst kommen darfst. Wie gesagt, ja, take it with a grain of salt, sagt man im Englischen. Wir sind vielschichtig gewesen als Menschen und es kann auch andere Ursachen für das eine oder andere Anzeichen geben, aber meiner Erfahrung nach ist es nie verkehrt und auch nie zu deinem Nachteil, wenn du in die Verbindung mit dir selber kommst. Ja, es könnte sein, dass es Veränderungen gibt, das könnte sein, dass es auch mal unbequem wird, aber am Ende oder ein wirkliches Ende gibt es auch nicht, aber nach jedem Kapitel, sag ich mal, wartet mehr Freiheit, mehr Erfüllung, mehr Zufriedenheit und natürlich mehr Verbundenheit mit dir, aber auch mit anderen Menschen auf dich. Und das ist authentisches Leben, eben mehr zu deinem inneren Kern zu kommen und den zu leben. Und jetzt habe ich hier natürlich sehr viele Anzeichen mit dir geteilt und jetzt fragst du dich mit Sicherheit, und wie mache ich das jetzt? Ich habe da was für dich. Das war eine sehr schlechte Überleitung, aber egal. Ich möchte dich an dieser Stelle nochmal von Herzen einladen zu Reconnect to Yourself. Das ist mein neuer Online-Kurs, in dem ich dich dabei begleite, über Körper, Geist und Seele zurück in die Verbindung mit dir selbst zu kommen, ohne dass du dafür täglich Stunden investieren oder meditieren müsstest. Und wir starten mit dem Kurs am 30.08.2022. Solltest du diese Podcast-Episode sehr viel später hören, geh trotzdem auf den Link, den ich dir gleich noch sagen werde, weil es den Kurs auch in anderer Form in Zukunft sehr wahrscheinlich geben wird. In dieser allerersten Runde sieht der Kurs so aus, dass er über fünf Wochen geht. Du in den fünf Wochen sechs Live-Sessions bekommst, die sehr wahrscheinlich in den folgenden Runden nicht dabei sein werden, wo du Kontakt zu mir hast, wo du Fragen stellen kannst, wo du die anderen Teilnehmenden kennenlernen kannst. Und in den fünf Wochen gibt es dann jeweils Lern- und Wissensvideos, in denen ich meine kraftvollsten Tools und Praktiken an dich weitergebe für die Verbindung zu Körper, Geist und Seele. Und all diese Anzeichen, die du heute in der Episode gehört hast, die dann verändern kannst und dich anders damit beschäftigen kannst und einen Zugang bekommst zu eben Körper, Geist und Seele. Und das Ziel des Kurses ist, dass du am Ende deine eigene persönliche Praxis entwickelst. Denn ich habe es gesagt, es ist keine Standleitung, die Verbindung zu dir selbst, sondern es ist eine Verbindung, die du immer und immer wieder aufbauen und aufrecht erhalten darfst. Und dafür ist natürlich wichtig, dass du eine Praxis hast, die in deinen Alltag reinpasst. Weil wenn das eben das stundenlange Meditieren wäre, würdest du es nicht tun und dann eben auch nicht nutzen. Dann würde der Kurs dir sozusagen nichts bringen. Deshalb ist es mein Ziel, das ist dann das letzte Modul, dass du dir eine persönliche Praxis kreierst, die in deinen Alltag reinpasst, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du sie auch regelmäßig nutzt und die Verbindung eben aufrechterhältst. Außerdem gibt es zum Kurs eine begleitende Telegram-Gruppe, wo du dich mit den anderen Teilnehmenden austauschen kannst, wo es vielleicht manchmal auch Impulse von mir gibt und wo ihr euch einfach gegenseitig auch motivieren könnt für das Ausprobieren. Denn das ist der Fokus des Kurses, die Tools, die du lernst, auch wirklich auszuprobieren, damit du natürlich weißt, was am Ende in deine persönliche Praxis einfließen soll. Und die Telegram-Gruppe öffnet schon zum 16.8. Das heißt, dann könnt ihr euch schon mal kennenlernen. Und zu dem Datum startet auch schon das Vorbereitungsmodul, mit dem du dich auf den Kurs einstimmen kannst. Das heißt, du kannst quasi direkt starten, bevor wir dann am 30.8. als Gruppe gemeinsam so richtig in den Kurs rein starten. Und all das kannst du eben auch bis zum 16.8. noch zum Early-Bird-Preis haben. Ab dem 17.8. steigt der Preis dann ein wenig, wobei auch der immer noch recht günstig ist. Der Early-Bird-Preis, der noch bis zum 16.8. gilt, sind 155 Euro. Und ab dem 17.8. bis zum 30.8. kostet der Kurs dann 199 Euro. Es ist beides für das, was du bekommst, recht wenig Geld. Ich weiß, dass das natürlich für manche Menschen auch viel Geld ist. Doch gemessen so am Markt, sage ich jetzt mal, ist das sehr günstig. Und das ist mir auch sehr wichtig. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ja meine Mission ist, dass so viele Menschen wie möglich in die Verbindung mit sich selbst kommen können. Und deshalb war mir wichtig, dass der Kurs auch bezahlbar ist. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte mehr in die Verbindung mit mir selbst kommen, dann verstehe das hier als dein Zeichen, als deine allerherzlichste Einladung. Wir sind schon knapp zehn Menschen im Kurs. Ich freue mich, wenn es noch mehr werden, dann macht es noch mehr Spaß. Und dann, ja, lade ich dich ein unter sarah-heinen.de slash reconnect, was ich dir natürlich auch in den Shownotes verlinken werde, vorbeizuschauen, dich für den Kurs anzumelden. Und solltest du irgendwelche Fragen zum Kurs haben, dann schick mir super gerne eine E-Mail über meine Webseite oder auch eine Direct Message über Instagram und löchre mich mit deinen Fragen, wenn irgendwas unklar ist. Und vielleicht sehen wir uns ja dann am 30.8. in der Eröffnungszeremonie zu Reconnect to Yourself. Mich würde es riesig freuen, wenn ich dich auf diesem Weg in die Verbindung mit dir selbst begleiten dürfte. Und ja, empfehle den Kurs natürlich auch gerne weiter, wenn du weißt, dass es andere Menschen gibt, denen dieser Kurs guttun könnte. Und ansonsten bleibt mir an dieser Stelle noch, dir einen Hinweis auf die Shownotes dazulassen, in denen ich dir nicht nur den Link zum Reconnect to Yourself Online-Kurs reinpacken werde, sondern auch die ein oder andere Podcast-Episode, die ich hier im Laufe der Episode erwähnt habe. Das Instagram Live, den Instagram Post und so weiter und so fort. Es wird einiges drin sein. Es lohnt sich, vorbeizuschauen. Die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 271. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step Into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt es unter sarah-heinen.de slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst. ...